Willkommen! Es macht mir Freude, mit Ihnen die deutsche Sprache zu üben. In diesem Video können Sie die fehlenden Vokale in einem Wort vervollständigen. Ich hoffe du magst es! Ausruhen Eigenartig Gouverneur Brech Zaun. Treffer. Nennen. 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 Stürzen 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 Besitzt Gestern Stürzen Stürzen Könnte Stürzen 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 Liebewesen Hektor Kämpfte Wundervolle Erste Kammer Samit Werner Erfolgreich Tauchung Knapp Empfang Glätter Austausch Vielen Dank, dass Sie sich das Video angesehen haben. Vergessen Sie nicht, die deutsche Sprache zu üben. Bis bald!